und willkommen zu dem wohl letzten level von doom ultimate in bezug auf realism tactical mode weil dieses level in brutal doom muss man dazu sagen realism tactical überlebt das level einfach nicht den anfang außer du versuchst es so oft bist du durch glück es schafft aber durch kampf geist also durch schaffst du es nicht keine chance mal gucken wie es jetzt mit call of doom ist ist ja wesentlich einfacher als bruttel doom wir werden sehen lord voldemort wenn er sich direkt verarscht ja die erste ist down ok jetzt können wir speichern so oh kacke da kommen wir schon die ersten die schaffen wir nie im leben alter kommt doch noch einer also wie schnell sind die hier alle ok ok die erste will überstanden da hinten war pinke pinkies so ok so ok 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 sieht gut aus munition la munition sehr schön so ok 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 du bist einmal weg Für das Protokoll, ich wollte eigentlich die Kiste gerade wegschieben. Dann halt so. Okay. Ah! Holy shit. Können wir mich da verstecken? Nee, natürlich nicht. Natürlich kann ich mich da nicht verstecken. Mann! Warum frage ich überhaupt? Verfickte Scheiße. Okay. Leider immer auf die harte Tour hier. Bleib mal stehen, Junge. Dankeschön. Eine gute Munition, Alter. Gibt es noch einer? Ja. Ficken. Again. Ach, fuck, Alter. Mein Liege da mir vorbei. Komm, komm, kommst du? Kommst du? Kommst du? Ach, Mann. Das geht mir da nicht. Das geht mir da. saúde. Also guckst du? So, wir haben das hier. Ähm, woher hier wir waren? Ja, so kommt! Das war ein unbegünstiger Teilpunkt um nachzuladen für das Protokoll. Der hilft halt einfach noch. Oder auch nicht mehr. So. Wie war das hier? Man musste hier irgendwie irgendwas machen? Ähm, achso genau, man musste da in diese blaue Pfütze, äh, in diese rote Kacke da reinspringen, weil nämlich die Grenze von dem Ding zu dem Lava, diese Kante da. Das ist nämlich der Trigger, der das Ding noch runterlässt. Das heißt, ab jetzt kann man einfach sterben, einfach sterben. Da hat man es gerade gehört. Die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, ist einfach quer rüber. Springt das denn auch? Wenn dieser Kackpfosten hier nicht wäre, dann ja. Oder es liegt an der Decke. Doch, es ist wahrscheinlich eher an der Decke. Oh, komm jetzt. Oh, komm jetzt. Dicke, für wie Läsch's leer hab ich denn bitte? 100. Ach, dieser Scheiß wäre der, der ist in Tactical Mode. Wie soll man das mit überleben? Ich verstehe das nicht. Das hab ich nie im Leben. Kannste vergessen. Kannste vergessen. Das kannst du vergessen. Das ist doch Betrug des Lastes. Kann ich da drüben? Nee, ich komm auch nicht mehr hoch, ne? Du kannst doch hier durch die Lava gehen. Gut, ich muss versuchen, durch deine Möglichkeiten auf den Weg raufzukommen. Ah, tut auch weh. Mann. So, lass das Ding auf. Okay. Ich denke, ich hab's geschafft. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, da unten. Komm mal her. So. Was denn du? Aua. Telefon. 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 Der hier kommt nämlich in diesen Raum rein. Ach so, das merke ich gerade. Der bringt mir auch noch gar nichts. Ich hab so gar nicht die blaue Karte. Ach, Scheiße. Ach, Mann. Habe ich gespeichert? Natürlich nicht. Na, ich habe das wisst. Allgemein runter her! Das ist ja da. Äh, das ist ja immer runter hier. Allgemein runter hier! Allgemein runter hier! Ach, da hinten gibt's ja die gelbe... Scheiße, ich brauche die gelbe Karte. Fuck, Alter. Oh Gott. Alter, stopp doch mal, bitte! Ich brauche die gelbe Karte. Die ist da hinten bei Double-D-Monster, kann das sein? Okay, okay, die kriege ich platt. Das ist kein Problem. Wo ist der dritte? Da waren drei. Ich weiß, das ist der dritte. Ich hab doch studiert. Ja, aber da ist unten. Hä, da fehlt aber noch einer. Hä? Ach, hier unten ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Ach so, schau mal, da guck du. Äh, will ich denn düpfen? Ach komm, ey. Ich verrotere nicht meine gesamte Munition hier. Völlig Verschwindungssucht hier. Dankeschön. Äh, komm ich dann wieder zurück über den Weg? Müsse ich eigentlich. Ich brauche mal neue Munition hier, die hier zum Beispiel. Also, ne, Waffe mit Munition, meine ich jetzt natürlich. Also, ihr wisst doch, was ich meine. So, das heißt, ich musste jetzt auf die andere Seite. Wo ich dachte, schlicht alles runter. So. Hier warten ja direkt ganz viele gegen mich. Na, darf ich doch. Vor allen Dingen, die Kacklobster. Es gibt doch... Nein! Es gibt hinter mir auch Lava. Seit wann geht das Ding eigentlich hinter mir auf? Wann habe ich denn das jetzt ausgelöst, dass die ganze Zeit aufbleibt hier? Keine Ahnung. Oder die gibt's doch nicht. Ja. Ach, scheiße. Äh. Äh. Ein Leben? Also, ein Prozent. Habe ich irgendwas, womit ich den einigermaßen... Wie sieht's hiermit aus? Nein. Corona. Oh. Er sagt doch gleich, dass das so super ist. Holy shit, ist das Ding heftig. Jetzt weiß ich auch, warum man davon nur 18 Munitionen haben kann. Weil das Ding ja super OP ist. Holy shit. So. Nächster... Ja, nächster halt Lava. Näh, du. Das geht ja gar nicht. Wo, wo denn? Da oben. Okay, ne. So, da ist noch einer. Oh, ich freu mich schon wieder so richtig dumm zu spielen. hatte ich gerade so im hype weil ich gerade 105 folgen gta von adres aufgenommen habe und du bist halt in so vielen dingen so viel besser als gta von adres alter kuh hier runter zu gehen ist das eine klüge idee alter schwede die haben aber ein hass auf mich ich frage mich nur warum ich sollte mir die akk benutzen liegt überall akk monitor rum nein ich will ich für einmal meine munition überprüfen und da kommt so scheiß viel angepflänzchen als andere drauf gefühlt ja doch okay okay kommt wird sie was genau die ak die hauen aber rein diese fischer warte ich will jetzt schon mal wieder wo bist du denn jetzt ja oh nein titel bücken nach scheiße sie teleportieren sich ja durch die teleporter überall hin soll denn das jetzt bitte funktionieren Ich muss hier also eins nach dem anderen erledigen. Hallo? Wie wär's denn mit Treffen hier? Ah, keine Schlauze. Ah, fuck you. Die Telefonie ist schon wieder überall weg. Aber wo war der denn? Ich hab da ja nicht mal einen gesehen. Scheiße. Ich bin hier. So, Medizinmann. Dankeschön. Dankeschön. AK-Munition. So, wo ist der? Super. Der ist hier irgendwo in Lost Souls. Und der rennt natürlich garantiert dann an, mit am ungünstigsten Einfaches. Hallo? Lost Souls? Wo ist denn der? Fick die Hände. So, jetzt mal hier, ne? Wir müssen dann auch starten hier mit Bidipack, 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 was? So, jetzt kommt's, tun wir hier auf. Wo der Händel ist? Ello Cyberdinos. Ich geh erstmal hier lang. Und jetzt müssen wir das kleine Räumschild, wo wir vorhin schon Trille waren. Aua, natürlich direkt wieder weh gefahren hier. So, hä, Moment mal. War das? Das war doch hier. Oder nicht? Ach, fuck you. Wie ging das Ding da runter? Das Ding da, das muss ich runtergehen. Es wäre gut gewesen, wäre die Kacko-Demens nicht da gewesen. Wo kommt die denn schon wieder her? Ach, Mann, Alter. Ich schaff das doch nie im Leben nochmal. Aber gut. Abends zur Kaffepause. Ähm. Oh. Kommt, da, komm. Noch einer? Wer immer noch der Fett weghaben hier. Fick, fick, fick. Komm, 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 komm. Pidipack, du. Hat sich mal ein. Oh, war das jetzt alles? Kann ich jetzt sagen, nein. Oh, jetzt ist es doch schon. Das war das, nein. Easy Pee-Wee-Land-Squeak. Wie zur Hölle habe ich das gerade überlebt? Der war direkt vor mir. Dumm, ich muss bestraft werden. Oh, 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 oh. So, ähm. Oh, schon viel Munition überall. Moment mal, habe ich jetzt Akkamen? Ja, fast voll. Okay. Gut, dann brauche ich eigentlich nicht noch mal weiter suchen. Äh, kann ich jetzt direkt den Ziel. Oh, oh, guck mal unten. Okay, komm. Dann nehme ich mal eins von euch beiden. Kommt du mal her, bitte. Thanksgiving. Entschuldige, jetzt ist auch eine Munition ganz viel. Oh, 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 oh. So. Ja, doch, okay. Okay, okay, dann nehmen wir mal eine Waffe. Wo haben wir jetzt bestimmt viel Munition mittlerweile? Wir haben bei der 2er und bei der 4er genau gleiche Munition. Voll witzig, vom Todlachen. Ja, meiste Munition haben wir derzeit bei der AK. Gut, dann nehmen wir auch die und gehen damit der zigste Level. Die ist zwar super ungenau, weil er halt einen super Spray hat, aber ist halt so. Ich sag ja, ich hasse die 4. Episode. Also so geil wie sie auch ist, sie ist mit Realism Tactical Mode einfach UNMÖGLICH. Das wird so unendlich heute werden. Was? Ja, na bis dann. Ja, na bis dann. Ja, das wird so.